so wie man sieht kein rost mehr rost komplett beseitigt alles picobello an dem vorigen video war hier ungefähr eine rost stelle komplett ebenfalls alles neu gemacht radläufe ebenso alles schön sauber gemacht hier auch hier ebenfalls radläufe nochmal alles schön sauber an der tür auch hier auch eine große stelle hier ungefähr das picobello wie man sieht sammelt sich wieder wasser aber es hat hier gerade eben geregnet noch mal da noch mal alles schön beseitigt so Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gepflegt. Nichtraucher. Aus dem Aschenbecher kann man essen. So sauber wie er ist. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt bitte Kommentare und Daumen hoch.